Ciao zusammen, da ist der Lodig von Lodig. Und da ist der Lodig von Lodig. Je vais faire une vidéo simple, ou je vais dire des trucs simples. Ich bin hier mit meinem Abstimmungs-Gouvert und schreibe jetzt ein grosses Ja zur Konzernverantwortungs-Initiative hera. Simple. Machen doch das auch heute, weil es wird das weitermal effektiv knapp. Also, dass Schweizer Konzerne nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch im Ausland Menschenrechte und Umweltstandards einhalten ist ja eigentlich recht basic. Basic. Also man kann schon dagegen sein. Ich weiß jetzt einfach nicht warum. Parce que vous êtes trop con. Man sieht zwar, dass gut unter Jungen die Zustimmung für die Initiative hoch ist, weil es mir natürlich hoffnungsvoll stimmt, aber man sieht eben auch, dass jüngere Menschen effektiv weniger abstimmen. Und darum verlinkt doch jemand unten, wo es könnte liegen oder einfach jung ist. Okay. Oder jung geblieben, ist ja immer ein Kompliment. Merci. 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 Vielen Dank.